Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in OmeTV unterwegs und ich würde sagen, ich danke nicht lange drum herum, wir legen uns. Wir gucken einfach mal, was so Interessantes passiert. Und ich habe, warte, falsche Anwendung auf Vollbrück gemacht. So, let's go. Moin moin, was machst du denn so? Guten Abend. Na, was machst du so? Meine Katzen sind gerade gestorben. Wodran? Ja, also man sagt ja immer, Katzen haben sieben oder neun Leben, ne? Sieben, ja. Und der hat halt nur noch ein Leben und dann ist der vom Schrank gefallen. Und jetzt liegt er bei mir im Backofen. Ich weiß nicht, weil ich so nicht mit der Leiche was tun soll. Und ich dachte, ich könnte sie verbrennen, aber es hat nicht geklappt. Wenn ich meine Eltern rausfinde, bin ich tot. Soll ich jetzt weiterklicken oder erst gleich? Nein, 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 nein. Soll er mir mal helfen? Deine Heidi verliebt. Ja. Hallöchen. Krallo. Na, was machst du so? Ich mal. Was meinst du? Nichts. Das ist schade. Finde ich auch. Du stifst einfach länger als ich. Sag mal, was meinst du? wofür nutzt du einen stift dann nicht mal hat nichts damit zu tun sieht man nicht meine mutter naja kommen wenn es einem gefällt kann man es ja machen gut ja wenn es dir nichts ausmacht würde ich noch mal weiter schauen aber war auf jeden fall ganz nett hallöchen was wärst du kannst du kannst du was singen während du trinkt du hast du irgendwelche talente schade hallo habt du irgendwelche talente schade also ich kann kleine kinder das kann ich gerade nicht so gut machen okay das lassen wir dann lieber oder du hast ein palutenkissen ja ich habe zwei den grünen darunter ein kistenvertrag uns ihm leicht gemacht er kennt man direkt weil sie gern guckt moin moin hast du irgendein talent er sagt bayern oder frankfurt wo ich bin überhaupt kein fußballfan ja sag einfach bayern ok dann sage ich bayern ha 11 du wichser hat doch ein talent ja kannst du das mal zeigen ich kann faluten auch machen ja mach mal guten abend hat du ein talent kannst du das mal machen ja ja für die kamera ja wunderbar kannst du kannst du einen ball auf den finger balancieren lassen kannst du das mal in der kamera machen ja wort aber wenn du nichts gibt ja ich es gibt nicht ich schwöre ich schwöre ich komme gleich ja ok noch da ja 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 das ist jetzt das ist das ist das ist das ist gut hast du das schon mal in einem fußballspiel gebraucht natürlich der wälder habe ich ja hab dir ein talent ja habe ich konnte das mal zeigen das wird hier bestimmt gesperrt dann was okay dann lassen wir das hat so ein talent was man zeigen kann ich habe pano max ja 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 ich hab schon kann ich kann mich recht nach links und kratzen lassen ok das ist nicht so gut für die kamera das klatscht immer gegen mein wein deine mutter kann ich auch jetzt hier nicht nach hinten werfen so das ist ja das war ja ich bin ich hier gelandet ich scheiße kannst du was singen ich kann wirklich was singen ja mach mal ob du nimmst dich auf oder so ok ich versuche mir du bist ein huren alles gut bei euch ja auch habt ihr ein Talent hallöchen hast du ein Talent ja kannst du das mal in der Kamera zeigen ja okay mach mal da ist ja schon mal wunderbar kannst du singen ja mach mal ja was stehst du so er schon auf Schlager Moment komm ich mach mal ganz warte komm wir singen jetzt auf der Bank okay Moment ich kann nur 3 frei Moment ich muss 2 spielen alles gut alles andere ist sowieso nicht so wichtig du darfst es aus ich hab keinen Untertitel Achterbahn Warte okay wenn du wenn du ein Tag noch ein bisschen übt dann kann das was werden ja warte kurz warte ich hab was besseres Moment okay jetzt hab ich mein Hit Moment ah fuck das ist falsch Moment 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 alles gut ich hab Zeit alles gut Moment hey machst du Tiktok äh ich bin auf Tiktok aber ich mach da keine Videos Moment 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 mechanische tastatur wunderbar muss jetzt habe ich noch mal raus angefahren in deiner aufbänden von designer deckt ins essen jetzt sind einmal rektet für die weiber gentleman charmant nehmen sie ins ektat in die hand sektan und sie tanzt dann extravagant sie sieht aus wie ne türkin bauchnarben piercing sie hat zwei kleine tippen doch ein arsch wie ein Pfirsich lange schwarzes haar ihre leppen sind gespritzt komm wir nehmen sie mit und geben ihr zu dritt hier ist doch schon mal ganz gut wie heißt das lief die china war gerade die rom und schieber die schluck mehr ich bin zina sie ist die ich bin die jean gibt sich nicht die ganze in denen ist wie nicht nicht mehr schlampfen ja okay hallöchen hat doch ein talent das ist doch das ist nice oha finger verschwindet magic magic ich glaube ich kann aber nicht viel machen aber war ja nur kurz ok weiter hast du ein talent hast du ein talent ja kannte das meine karte in die kamera zeigen was dein talent ist ich kann natürlich verstehen manche leute nur bestimmte zielgruppen aus aber so durchgibt man die hälfte der leute aber mit der lente die wir nicht zeigen wollen oder oder wo so sagen dass man die nicht verwenden kann einfach kritisch egal weiter abend hast du ein talent für in der kamera warum wir dann für video ich kann sehr gut drücken ja mach mal kannst du auf dauer hallöchen hast du ein talent doch ja was kannst du das kann ich auch gut hat so ein talent das ist alles in ordnung ist es streamer oder was youtuber warum youtuber ja wie viele abonnenten hast 125 125 alles nicht sehr gut ist ein anfang ich habe einfach keine aber ich zeige auch die ganze bloß meine eigene pomega also ja nicht so optimal ne doch für youtube sowieso hast du hast du irgendein talent was du in die kamera zeigen kannst du ich kann ganz viel husten saft und sowas trinken ich meine jetzt kein drogenkonsum hast du ein talent ich bin dumm das ist sehr schade aber scheint mir so als hättest du kein gesicht dazu auch schon mal ein talent bin ich auch nicht besser gut dann bin ich wieder weiter ja hallo 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 hast du ein teil hallöchen hast du ein talent wie heißt ja ich habe ein talent ja ich habe ein talent ja was zeigen ja macht diese video richtig ok und zwar mein talent das mag ist proben zu essen also ich weiß ja ob es handelt sind als talent ich habe meine disziplin also ich kann es auch mal so vorwachen so wenn es halt hier den finger dann tust du ihn so richtig reinstecken okay bewährt mal so wie viele sterne gibst du den wuppen dem popel gehe ich mit 8 von 10 weil das war nicht so ein geschmeidiger das war so ein schleim popel also das war ein bisschen schleimig da war nicht knusprig so 6 sagen ja das war nicht so crunchy das ist lieber so ein popel der knistert wenn man drauf bleibt ja genau so da war man musste der mal als geschäftsidee machen noch eine frage ja die heißt auf youtube wird das weltgaming wie noch mal muster trade gaming war die schrift ich habe ja noch mal ein schade ich habe ich schon mal ein schade ich bin so schnell ne was machst du immer ich bin so gut ich bin so gut möchte jemand grüßen ich bin hier mit dem ist das schade gaming aus du aber rein ja logisch habe ich schon wunderbar mit tv gibt es öfter was ist mit tv gibt es jetzt was öfter ja hier warte mal ich kann dir hier ich kann dir meinen auch meinen namen auch entschreiben ich habe zwar ein bisschen mehr aufgefallen aber das ist aber nicht mehr aber aber geht ja nicht um die kurz 26.000 aufrufe und so weiß ich meine 4000 aufrufe 1000 aufrufe das hat dann aufrufen also ich habe auf einem video 811 bei einem anderen 26.241 132 4642 1075 was macht hier 30 59 481 526 dann macht du auch mit tv sondern okay guten abend ja ja hast du ein talent ja hatte in kamera zeigen kann man in die kamera zu sein das talent direkt zu dir die agel und dann ein neues zimmer da ich dachte ich mach drei und nicht mehr naja rein theoretisch wenn du nicht wackelt dann fallen ja nicht um oder ja tatsächlich aber auch faktiv ich kann mir das gar nicht vorstellen weil ich habe das noch nie gemacht wunderbar ja dann dann pass auf nicht nicht dass wir irgendwas ich würde auch 20 schaffen aber ich werde nicht übertreiben guten abend hast du ein talent kannst du mal zeigen kannst du gut manchmal singe ich und von mir mal an dass ich nicht denken kann sing mal we're living in our own little hollywood we're washed up stars everything's gonna be good so jetzt weiter ich kenne den song ja das problem ist dass ich den text nicht weiter kennen warte wo kennst du den text dann singen wir zusammen wie wird es weiter gehen das erfahrt ihr in teil 2 von armad tv der kommt später von daher lasst ein like und ein abo da schreibt mir in die kommentare was ihr über das video denkt und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder haut rein ciao ciao